Angela Merkel sagt, die Grundrente wird kommen. Machtwort der Kanzlerin. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Gezerre um die Grundrente muss nun endlich mal ein Ende haben. Der Kanzlerin reicht es wahrscheinlich auch. Störfeuer aus vielen Seiten, vor allen Dingen aus der eigenen Partei zur Grundrente. Der aktuelle Gesetzesentwurf vom 16. Januar 2020 ist ja nun auch da und wird natürlich mit Vernichten der Kritik überhäuft. Insbesondere oder ganz besonders die Deutsche Rentenversicherung hat in einer Stellungnahme mitgeteilt, dass vor allem die geplante Einkommensprüfung zur Grundrente, so wie es im Gesetzesentwurf drinsteht, nicht durchführbar ist. Wie soll die technische Umsetzung dieser Einkommensprüfung, vor allen Dingen die Programmierung und so weiter, in der Kürze erfolgen? Also ganz viele Probleme. Der Kanzlerin reicht es offensichtlich. Der Grundrentenentwurf wird nochmals überarbeitet. Die offenen Fragen zur Einkommensanrechnung geklärt. Vor allen Dingen geht es um den Abgleich von Kapitaleinkünften aus dem In- und Ausland. Hier soll wohl jetzt eine sogenannte strafbewährte Erklärung des Versicherten genügen. Das heißt also, der sagt, ja oder nein, ich bekomme keine Zinseinkünfte über dem Sparerfreibetrag von 801 Euro oder ich bekomme welche. Ansonsten wird es dann so sein, dass die deutsche Rentenversicherung hier Stichproben machen soll. Und wenn die dann dahinter kommt, dass der Versicherte, der Grundrentenempfänger hier fehlerhafte Angaben gemacht hat oder irgendwas verschwiegen hat, gibt es dann halt eben ein Strafverfahren, strafbewährte Erklärung. So, am 12.02.2020 soll wohl angeblich das Bundeskabinett final zur Grundrente entscheiden. Das heißt also, dann soll es wohl auch wirklich zum Gesetzgebungsverfahren losgehen mit der Grundrente. Naja, warten wir mal den 12.02. als Termin ab. Uns würde es natürlich nicht wundern, wenn dieser Termin nochmals verschoben wird. Aber aufgepasst, liebe Regierung, das Gesetzgebungsverfahren muss jetzt langsam losgehen, damit die Grundrente zum 1. Januar 2021 dann auch wirklich pünktlich starten kann. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel